In meiner Kla.TV-Rede vom 11. Mai 2024 habe ich zum ersten Mal den Verdacht geäussert, dass die neuartigen Sahara-Staubniederschläge vielleicht mehr mit dem Einsatz von längst patentierten Wetterwaffen zu tun haben, als etwa mit dem Sand der Sahara selbst. Heute lege ich euch einen ersten Analysebericht vor, der besagt, dass uns mit jedem sogenannten Sahara-Staubregen mindestens 26 teils hochgiftige Elemente auf den Kopf herabrieseln. Aber nicht nur auf den Kopf, sondern auch auf unsere gesamte Landwirtschaft, auf unsere Seen, Flüsse, Gärten, Wiesen, auf all unsere Tiere, unsere Insektenbestände, sowohl jener in der Luft als auch jener auf dem Boden und unter dem Boden. Doch jetzt der Reihe nach. Zuerst erinnere ich noch einmal an das US-Patent mit der Nummer 9924640. Und dies ist nur gerade eines von Dutzenden ähnlichen Patenten. Darin wird beschrieben, wie Boeing-Flugzeuge umfunktioniert werden, um Ladungen von jeweils 25 Tonnen sandartigen Nanopartikeln in 18'000 Meter Höhe zu bringen. Der Grund, um unser Wetter und unser Klima zu steuern, zu manipulieren. Und dann erinnere ich noch einmal an den NATO-Treibstoff, den JP8, den die freimaurische NATO längst zu etwa 90 Prozent der Zivilluftfahrt verkauft, sprich an fast alle grossen Flughäfen der Welt. Das Erschreckende dabei sind die Analyseergebnisse der benannten Additive. In diesen wohlbemerkt militärischen Treibstoffen wurden nämlich hohe Mengen Aluminium, Barium, Beryllium, Blei, Cadmium, Chrom, Kobalt, Eisen, Kupfer, Molybdän, Natrium, Nickel, Strontium, Titanium, Manadium, Zink und Zinn nachgewiesen. So wie viele Oxyde dieser Metalle und weitere giftige Stoffe. Diese Messergebnisse haben uns überhaupt erst auf den Gedanken gebracht, dass sich ähnliche Substanzen auch in den sandartigen Nano-Feinstaubpartikeln befinden könnten, die bereits zu hunderten Millionen Tonnen über unsere Köpfe versprüht wurden. Und dann eben, dass es sich auch bei dem sogenannten Sahara-Staubregen um einen Niederschlag mit genau solchen Substanzen handeln könnte. Denn die enthüllt wordenen Wettermanipulationspatente, sprich Wetterwaffenpatente, die beschreiben ja schwarz auf weiss, wie diese Nano-Sandpartikel nach ihrem Auswurf dann bis zu zwei Jahren in der oberen Atmosphäre herumschweben und dann aber allmählich auf uns herabrieseln. Und ich sage, die sind entweder lautlos oder halt in Verbindung mit prasselndem Regen, der dann auf unsere Köpfe niedergeht, aber auch auf die Köpfe unserer Liebsten, unserer Kinder. Und dann verkleissen sie auch noch unsere Solaranlagen, beschmieren alle unsere Transportmittel, vergiften alle unsere Äcker und, und, und. Aber bevor ich zu den besagten Analyseergebnissen des sogenannten Sahara-Staubregens komme, muss ich auch nochmals auf die gross angelegten und längst aufgeflogenen Völkerexperimente von z.B. 1994 in den USA hinweisen. Dies muss ich so tun, damit ihr ausreichend versteht, dass solch grausame Völkerexperimente tatsächlich von Regierungen durchgeführt und dann auch noch von deren Justiz gedeckt werden. Und hier behandeln wir wieder nur gerade das Spitzchen jenes Eisberges, das freie Aufklärer bereits aufgedeckt haben. Also die unfreiwilligen Testobjekte von 1994 waren US-Bürren, ja, ganze Grossstädte. Was ist passiert? Mit Militärflugzeuge haben sie gezielt über längere Zeiträume mit unsichtbaren Gift-Cocktails übersprüht, weil das Militär angeblich sehen wollte, was passiert, weil ja die Kampfstoffe erprobt werden müssten, bevor sie beim Feind zum Einsatz kommen. Super, nicht? Und selbst eine Grundschule mit Kindern wurde drei Monate lang gezielt täglich mit Zink, Cadmium, Sulfid übersprüht. Ich sage, merkt euch diese zwei Elemente schon einmal, denn ihr werdet gleich noch mehr darüber hören. Die Folgen nämlich schon allein dieses Zink, Cadmium, Sulfidnebels waren absolut grausam. Die Hälfte einer ganzen Schulklasse ist daraufhin buchstäblich verreckt. Die andere Hälfte erlitt schwerste Krankheiten, Sterilisationen und sonstige Behinderungen. Denn diese wehrlosen Opfer, diese Kindlein, später als sie erwachsen waren, gebaren sie selber schwerbehinderte Kinder und so weiter. Und versteht doch bitte an dieser Stelle, dass wir hier nicht von bloßen Verschwörungstheorien reden, sondern von längst zugegebenen, aber nie gebührend bestraft und veröffentlicht wordenen Verbrechen, und zwar von ganzen Regierungen und deren Justiz. Jene gaben zuvor an, dass die Flugzeuge nur unschädliche Chemikalien versprühen würden, auf Nachfrage. Und genau diese Antworten geben uns übrigens auch unsere Regierungen, wenn wir sie nach den Inhalten der versprühten Millionen Tonnen Nanofeinstaub fragen. Versteht ihr? Und rund um den sogenannten Sahara-Staubregen gibt es schon gar keinen Aufschrei, zuallerletzt von unseren Mainstream-Medien. Doch nun zu den erschreckenden Analyseergebnissen, die uns von unabhängigen Aufklären aus Bosnien überreicht wurden. Hier eingeblendet die Original-Dokumente. Diese haben nämlich eine Vergleichsanalyse von Original-Sahara-Sand und dem angeblichen Sahara-Sand aus den Niederschlägen in Bosnien-Herzegowina durchführen lassen. Ihr einziges Interesse galt der Frage, ob sich in diesem sogenannten Sahara-Staubregen vielleicht giftige Elemente befinden. Etwas, das uns selber oder unserem Ökosystem schadet. Und genau solches wäre ja eigentlich die Aufgabe von Regierungen gewesen, wisst ihr? Weil diese aber allesamt nichts unternommen haben, entstand diese nun folgende Analyse auf Privatbasis. Sie haben also dem Institut für chemische Verfahrenstechnik in Tuzla nebst dem Original-Sahara-Sand auch noch eine Sandprobe aus Lusawak eingeschickt. Wir haben am 6. Mai 2022 dem Institut für chemische Verfahrenstechnik Tuzla zwei Proben zugestellt. Eine Sandprobe von einem Seeufer in Südtunesien. Und eine Sandprobe aus Doboznica Donja bei Lukavac, die am 7. April 2022 nach dem roten Blutregen entnommen wurde. Die am 7. April, hört zu, schon am 7. April 2022 nach dem sogenannten Sahara-Regen entnommen wurde. Und diese Probe ist darum von höchster Brisanz, weil ja in Bosnien meist der Westwind bläst und somit die Niederschläge in Lusawak nicht von Abgasen irgendwelcher Industrien oder Wärmekraftwerken und dergleichen beeinflusst werden konnten. Und jetzt kommt's. Im untersuchten, sogenannten Sahara-Staubregen wurden nicht weniger als folgende 26 teils hochgiftige Elemente gefunden. Aluminium, Arsen, Bohr, Barium, Beryllium, Bismuth, Kobalt, Chrom, Kupfer, Eisen, Lithium, Mangan, Molybdän, Nickel, Blei, Antimon, Selen, Zinn, Strontium, Thallium, Vanadium, Zink, Cadmium. Ich sagte ja, merkt euch, lästere Elemente. Schon allein die Aluminium-Anteile im bosnischen sogenannten Sahara-Staubregen hört gut zu, die waren bereits 728 Mal höher als im Original-Sahara-Sand. Verstanden? Aluminium-Feinstaub kann aber zum Beispiel Alzheimer verursachen oder Nieren, Leber, Knochenschäden und so weiter. Viel mehr noch. Und dann die Arsen-Anteile. Sie waren 44 Mal höher, die Barium-Anteile 660 Mal höher und die Nickel-Anteile sogar 2500 Mal höher als im Original-Sahara-Sand. Von Zink wurde im sogenannten Sahara-Regen ein 64 Mal höherer Anteil gefunden und von Eisen ein 23 Mal höherer Anteil. Und so fort. Und jetzt wollen die betroffenen Völker nur noch eines wissen, nur noch eines interessieren, nach dieser Offenlegung. Versteht ihr? Wer zum Teufel lässt uns zunehmend diese neuartigen, hochgiftigen Cocktails über unsere Köpfe ausschütten? Wer genau tut sowas? Und warum? Wie sind die Namen dieser Übeltäter? Das wollen wir jetzt wissen. In welchem Auftrag und mit welchen Zielen handeln sie? Und weil mit diesen eingereichten Analysen mehr als nur gerade ein Anfangsverdacht gegeben ist, dass hier ganz Europa zum Angriffsziel übelster hybrid agierender Terroristen geworden ist, rufe ich hiermit all unsere Zuschauer dazu auf, sich der weiteren Aufklärungsarbeit auch in dieser Sache wieder aktiv zu beteiligen. Unbedingt. Denn die Zwangsabgabemedien berichten wie üblich natürlich wieder nichts darüber, während sie ja noch weit schlimmere Dinge, wieder jedes bessere Wissen beständig verschleiern. Darüber berichten wir ja schon seit 2012 täglich neu. Vergesst bitte nicht, dass ihr mit jeder weiteren sogenannten Sahara-Staubwolke all dieses Zeug, genau dieses, solange einatmet, wie es frei in der Luft schwebt. Und hernach nehmt ihr die Nanopartikel dieses Periodensystems über jede Pore eurer Haut auf. Ihr esst sie auch samt eurem Bio-Gemüse. Ihr schluckt sie mit eurem Trinkwasser. Und selbst beim Schwimmen geht das Zeug dann in euch rein. Von allen Seiten versteht ihr nicht nur den Mund. Bedenkt, dass das endgültige Schadenmass und die Langzeitfolgen erst noch zu ermitteln sind. Doch schon allein die zunehmenden Entstellungen unserer Bäume gäbe es viel darüber zu sagen, lässt uns schon das Schlimmste vermuten, erahnen. Und darum sage ich, jeder sachdienliche Hinweis, jeder weitere Hinweis kann also Leben, unsere Natur und die Existenz ganzer Völker schützen und retten. Doch für ein endgültiges Attest über Herkunft, Ursache und Ziele dieser chemischen Staubzusammensetzung braucht es möglichst viele zusätzliche Analysen von Proben aus unterschiedlichsten Herkunftsorten. Auch ist ja noch ungewiss, in welcher Art, in welchem Ausmass und mit welchen Konsequenzen die gefundenen Elemente von den verschiedenen Organismen aufgenommen werden. Aber ich sage forderst, eure Abgeordneten, die eures Wahlkreises unablässig dazu auf, nicht allein das Versprühen von NATO-Treibstoffen aus unseren Flugzeugen als Klima- und Menschenkiller zu verbieten. Klärt auch alle Nichtwissenden darüber auf, wie tödlich viele dieser zuvor benannten Elemente für uns sind. Fordert eure Abgeordneten dazu auf, die Völker über das jährliche Versprühen von zig Millionen Tonnen Aluminium-Nanostaubpartikel bis hin zu Kohle-Feinstaub aufzuklären. Fordert einen offenen Diskurs, unablässig, auch über all diese hier genannten Wettermanipulationspatente und Wetterwaffeneinsätze und den damit schleichend einhergehenden Völkermord. Anders kann man das nicht bezeichnen. Fordert eure Politiker und Abgeordneten dazu auf, öffentlich auch über die eben erwähnte Sahara-Staubanalyse zu berichten. Eingeblendet die Originale, ihr Lieben. Und schliesslich müssen wir als Volk so lange das Recht auf unsere Endentscheidungskompetenz einfordern, bis sie in jeder einzelnen Verfassung fest verankert ist und die Abgeordneten-Politiker sich unseren Einsprachen nicht mehr einfach widersetzen können. Bitte verbreitet Sendungen wie diese unter so viele Menschen, wie ihr könnt, allem voran unter noch Nichtwissende, was irgend das Zeug hält. Ich bin Ivo Sasek, der im 48. Jahr vor Gott steht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!